Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder zu einer weiteren Sendung von Sabine Lienek TV. Unser heutiger Gast, den werden Sie wahrscheinlich schon kennen, er war schon häufiger in unserem Studio. Er ist Arzt, er ist Philosoph, er ist Dichter, er hat sich mit Schamanismus beschäftigt, also ein sehr vielseitiger Mensch und Sie werden sich sicherlich schon auf ihn freuen. Ich freue mich auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Herr Dr. Probst, da haben wir ihn wieder. Vielen Dank, Frau Lienek. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Es ist mir eine besondere Freude. Sie sind ja wirklich, was ich schon vorhin gesagt habe, ein bisschen wie eine Zwiebel für mich. Denn jedes Mal, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, kommen da neue Aspekte raus. Also zum Beispiel auch, Sie sagten auch vorhin, dass Sie sich mit Schamanismus auch beschäftigt haben. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr interessant. Können wir ja auch noch mal drauf kommen. Aber bekannt sind Sie natürlich durch Ihre Probstmethode geworden, die also, würden Sie das gerne noch mal sagen, diese vier Elemente hat, die also wichtig sind für die Gesundheit. Sie sorgen also dafür, dass die Menschen gesund sind, bleiben oder werden. So kann man das eben auch sagen. Genau. Und das sind so die wichtigsten Elemente, die sich da im Laufe des Lebens eben heraus bestelliert haben. Das eine, was ich ja eben damals als Mitbegründer der Rohkostbewegung in Deutschland vor 40 Jahren, das war in den 80er Jahren. Fit for life. Gemeinsam mit Franz Konz und Helmut Mandmarker eben entdecken durfte, lebt sie gesund, wirst sie gesund und bleibt sie gesund. Also es ist tatsächlich so, ist ja eigentlich auch logisch, nicht? Keiner von uns würde jetzt in den Benzintank da irgendwie Jauche tanken, dann geht das Auto halt kaputt relativ rasch. Und insofern genau dasselbe ist eben bei den Menschen. Das hat ja eben auch schon der Begründer der modernen Medizin, also Hippokrates hat das, der hat gelebt 370 bis 460 vor Christus. Und der hat dann eben das schon gesagt, wir müssen halt gesund leben. Und er hat ja diesen berühmten Gesatz, eure Heilmittel sei eure Nahrung und eure Nahrung sei das Heilmittel. Das ist also identisch. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und damit kann man schon sehr viel erledigen. Jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nachdem die Welt immer mehr eben vergiftet wird durch diesen ganzen Espin, über eine Million chemischer Substanzen sind jetzt eingetragen, also chemische, synthetische Substanzen, auf die der Mensch gar nicht eingestellt ist, das ist sicherlich eine große Belastung. Nicht angefangen auch von Monsanto, dieses Glyphosat. Gerade vor einigen Jahren wurde in den Vereinigten Staaten eine große Studie gemacht. Da hat man festgestellt, alle Schwangeren in den USA haben Glyphosat, eben dieses fürchtbare Herbizid in ihrem Blut, sodass die Kinder, kaum dass sie auf die Welt kommen, schon mit diesen Giften abgefüttert werden. Die sehr viele Stoffwechselvorgänge, das sind ja ganze Kaskaden, die da hintereinander geschaltet sind, dass die schon dann nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen ja, das wird ja, die Kinder werden ja immer jünger, wo sie schon krank sind. Es gibt ja, das wissen wir alle, früher war, also als ich studierte vor 50 Jahren, das weiß ich noch, das war also ganz spektakulär. Dann haben wir gehört, da in der inneren Medizin, auf der Station sowieso, da ist ein Krebspatient, der war 69 Jahre alt, ein Krebspatient. Und das war ganz lustig, da sind die Studenten dann immer so ganz unauffällig aus Versehen in das Zimmer reingegangen, um zu sehen, wie sieht ein 69 Jahre alter Mann mit Krebs aus. Das war ungewöhnlich, ja. Und heute haben wir Kinderonkologie. Also jede Stadt, die auch etwas auf sich hält, die hat nicht nur eine Krebsklinik, sondern sogar eine Kinderkrebsklinik. Ja, traurig. Also das wäre dann eben der wichtige Punkt, dass wir, das wäre die zweite Säule der ganzen gesunden Lebensführung. Erste Säule, wie gesagt, die Ernährung. Zweite Säule, dass wir unbedingt die Gifte aus dem Körper herausholen. Und da gibt es ganz wunderbare Protokolle heute. Die meisten sind extrem teuer, kosten sehr viel, tausende von Euro. Und man braucht halt einen Therapeuten. Und damals habe ich mich schon bemüht, eben vor 40, 45 Jahren, was kann man machen, was können die Menschen in Eigenregie machen, dass wir dauernd wirklich selber uns um unsere Gesundheit kümmern können. Dann die dritte Komponente, ein ganz wichtiger Punkt, auch auf Hippokrates wieder zurückzuführen, vor zweieinhalbtausend Jahren, eben Darm. Der Darm, der muss sein. Also er hat ja diesen Satz auch geprägt. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann ist halt der ganze Mensch nicht in Ordnung. Und das wird ja immer mehr jetzt seit einigen Jahren aus Amerika kommen. Mit diesen Mikrobiomforschungen wird das ja bestätigt, eindeutig. Und die vierte Komponente, das wäre dann das spirituelle Aspekt, dass wir tatsächlich erkennen, ich bin nicht nur dieser Fleischklumpen, der jetzt hier sitzt, sondern da ist noch viel mehr dahinter. Und wenn wir das leider, haben ja die meisten Menschen das heute nicht mehr so präsent. Die haben nach ihrer Auffassung eben tatsächlich nur diese physische Existenz. Und dann sind wir natürlich extrem verführbar gegen die ganzen Manipulatoren, die es natürlich gibt. Und das sind also die vier Komponenten. Spiritualität, Darm, Entgiftung, Ernährung. Und wenn man das beachtet, dann kann man selbst schwerste Krankheiten, das habe ich damals in meiner Klinik, die ich hatte, ich hatte eine kleine Privatklinik. Da kamen die Menschen aus der ganzen Welt, aus Amerika bis aus Australien. Und das war immer wirklich berührend anzusehen, wenn die Menschen, denen vorher gesagt wurde, das ist unheilbar, wenn die dann wieder nach einigen Wochen gesunde Klinik verlassen konnten. Ja, das ist auch schön. Auf den spirituellen Aspekt möchte ich ja nochmal kommen. Wir sind ja Lichtwesen. Wir sind ja Lichtwesen. Und der Schamanismus, Sie sagen, Sie haben sich damit auch beschäftigt? Ja, natürlich. Ja, erzählen Sie mal was. Ich wohne hauptamtlich oder halbe halbe, kann man sagen, in Bolivien. Ja. Und bin auch immer wieder in Peru gewesen. Da sind ja ganz bekannte Schamanen, übrigens auch jetzt in Bolivien, nur wenige Kilometer von Santa Cruz, also in der Tropenregion Boliviens. Da gibt es einen Schamanen, der auch großen Einfluss hat, für ganz Bolivien kann man sagen, zum Beispiel mit dem Ayahuasca, was ja bewusstseinserweiternd ist. Und das ist ein unheimlich spannendes Thema, so ähnlich, was ja hier in Europa mit dem CBD momentan gemacht wird. Das ist irgendwie bewusstseinserweiternd. Natürlich gibt es das THC und deswegen ist es ja auch so umstritten nach wie vor. Aber unabhängig von dieser bewusstseinsverändernden THC-Wirkung kann man sagen, auch bei Ayahuasca, dass dann wie ein Knotenplatz dann bei den Menschen und auch in der Psychiatrie zum Beispiel ist es also hochdramatisch, was da für Befunde möglich sind, was man da sehen kann. Und es ist ein Jammer, dass das so stark in die Kontroverse immer gerückt wird. Dieses Ayahuasca, ich habe schon davon gehört, kenne mich aber da nicht so aus, die Zuschauer vielleicht auch nicht. Was ist das für ein Stoff? Das ist eine Schlingpflanze, aus der wird dann eine Substanz gebildet, die irgendwie, also wir haben ja mehrere, wir haben das Reptilien-Gehirn, wir haben das limbische System, wir haben das Großhirn und die sind ja irgendwie so abgeschottet. Und das wissen wir ja alle aus der Reinkarnationsforschung, wenn wir auf die Welt kommen, wird einfach ein Schleier des Vergessens vor uns ausgebreitet. Das heißt, wir wissen nicht, was wir früher hatten, wir wissen nicht, was die Zukunft ist. Es gibt ja eigentlich keine Zeit, also Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft sind eigentlich eine Einheit. Und das muss eben getrennt werden, so wie die Schatten auf einem Schiff. Und dieser Schleier, der wird dann weggezogen und dann kann man ganz spannende Erfahrungen, das ist noch die allererste Erfahrung dieser Art, da habe ich zum Beispiel gesehen, wie die Welt geschaffen wurde. Das ist wie ein Kaleidoskop, also aus Farmen und Figuren und Formen, geometrischen Formen. Deswegen wird ja auch gesagt, Gott ist eine Art Mathematiker. Aus diesen mathematischen Figuren ist das ganze Gewebe eigentlich, in dem wir uns jetzt hier befinden, gemacht. Das ist ja auch der Grund, haben Sie gehört, von der Gematria, nicht? Also die jüdische Tradition in der Kabbalah. Da kommt eben genau diese Korrespondenz zwischen Zahlen oder wenn Sie an den Russen, Herr Gabonov oder wie er heißt, der hat auch bestimmte Zahlenrhythmen gefunden. Die Zahlenrhythmen haben eine bestimmte Schwingung, die in Korrespondenz tritt zu bestimmten Lebensumständen, Krankheiten. Also der hat zum Beispiel, das ist schon seit 20 Jahren bekannt, bestimmte Zahlen, wenn Sie, was weiß ich, haben Sie Diabetes, da kriegen so eine bestimmte Zahlenreihen, fünfstellige. Und dann können Sie damit allein, indem Sie das wie ein Mantra wiederholen, diese Zahlenfolge, können Sie geheilt werden. Also hat auch nachgewiesen, das ist also kein Märchen. Natürlich gibt es sehr viele Dinge, aber das ist ein unendliches Thema, das machen wir mal ein andermal, würde ich vorstellen. Ja, aber das ist aber spannend, was Sie mit den Zahlen sagen. Also gestern habe ich mich mit einer sehr guten Freundin getroffen, die das auch kennt, mit den Zahlen von dem Russen. Das hat sie mir gestern erzählt, beim Essen. Und sie hatte einen Autounfall. Das heißt, sie haben sich verfahren im Wald und sie ist im Dunkeln rückwärts gefahren und hinter ihr war ein tiefer Graben. Und das ganze Hinterteil hing schon in der Luft. Und normal hätte es stürzen müssen. Also absolut vorne, so ein bisschen hinten das Übergewicht. Und dann haben sich auch alle gewundert und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Ja, sagt sie. Ich habe Zahlen benutzt. Da sage ich, was für Zahlen? Diese Zahlen haben diese Magie, eben auch sowas zu machen. Das fand ich grandios. Ist wahrscheinlich das. Genau. Sie hat einen russischen, wie heißt das? Irgendwas mit Gor? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich habe es nur einmal gehört. Und sie sagt, da gibt es Zahlen, Codes bei Krankheiten, bei Gesundheit und eben auch in diesem Fall. Ich habe die Bilder gesehen von dem Auto. Was ist doch unmöglich? Es hätte doch runterfallen müssen. Toll. Also das sind richtig Wunderzahlen. Ja, ja. Wie Shakespeare sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde und so. Ja, genau. Und aus den Zahlen heraus ist die Erde entstanden. Und wo kamen die Zahlen her? Muss ich jetzt auch mal fragen. Ja, das ist ganz einfach im Grunde genommen. Wenn wir stille werden, das können wir sofort ausprobieren. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt das Glas ganz bewusst angucken, dann fängt es an zu leben. Das ist ganz erstaunlich. Das funktioniert mit Tieren, das funktioniert mit Pflanzen, das funktioniert mit unbelebten Gegenständen. Aber das machen wir mal, würde ich vorschlagen, in einer eigenen Sendung. Ja, gerne. Das ist spannend. Mach mal ein Experiment. Spannend. Wenn wir da anfangen nachzudenken, dann irgendwann kommt man dann zum Zweifel, wo lebe ich eigentlich? Lebe ich eigentlich hier? Das ist dann diese bewähmte Geschichte. Sind wir eigentlich Menschen, die jetzt darüber reden? Oder haben wir diese Traumwelt, die jetzt uns träumt? Ja, das ist so spannend. Ja, oder dass wir in einer Matrix leben gerade. Genau das auch. Ja, aber das ist wirklich auch sehr interessant. Aber die Entgiftung, glaube ich, interessiert uns jetzt am meisten. Genau, wir sind hier irdische Menschen. Ja, wir sind hier auf der Erde und wir müssen zusehen, dass wir diese Giftstoffe, die ja wirklich von überall her rieseln, aus dem Himmel oder was Sie sagten da, dieses Glyphosat, Glyphosat heißt es ja, dass das überall drin ist. Und eine Million chemische Stoffe? Ja, ja, sind eingetragen seit den letzten 150 Jahren. Das ist hochdramatisch, ja. Ja, und es gibt eine Möglichkeit, die alle wieder loszuwehren oder nur ein Teil oder wirklich alle. Geht das? Ja, zumindest große Teile. Es ist ja so, wie wenn Sie jetzt einen Wassertopf haben oder Sie haben das Waschbecken. Wenn das Waschbecken voll ist, läuft es irgendwann über. Wie so ein Fass und da sind die verschiedenen Dinge. Wir haben eben die persönliche Biografie und Amalgam und der Darm ist nicht in Ordnung und so weiter. Ach ja, da steht das alles. Dann läuft die Klärgrube voll und dann läuft sie über. Und es ist nur wichtig, dass das überlaufende Klärgrube, Mensch, das muss verhindert werden. Und dann ist man auch schon gesund. Das heißt also, auch zum Beispiel, das können wir bei Kindern wunderbar beobachten, gerade die Mütter, die jetzt vielleicht zuschauen. Da kann man das sehr schön sehen. Die Kinder, die sind ja manchmal dann, kommen vielleicht aus der Schule, sind sie noch ganz prima drauf und dann am Nachmittag sind sie so knatschig, wollen nicht Abendessen, wollen nicht Mittagessen vielleicht. Die haben noch diesen Instinkt, dass sie eben merken, wenn ich jetzt esse, dann läuft die Klärgrube über und dann habe ich Symptome. Dann habe ich Fieber, dann habe ich Husten, habe ich vielleicht Durchfall, irgendwelche Dinge. Das wäre auch ganz wichtig, dass die Mütter eben klug reagieren, dass wir eben die Kinder nicht zwingen. Wir fragen dann, er tut dir was weh, mir tut nichts weh, hast du Fieber, hat er auch nicht. Nein, ich will halt jetzt momentan nicht essen. Vielleicht morgen esse ich wieder. Dass wir da viel dynamischer und flexibler umgehen. Also, dass wir genau diese Geschichte mit diesem Überlaufen. Und dass wir überhaupt lebendig werden. Und wie gesagt, ein wichtiger Teil wäre dann die Ernährung, ein anderer wichtiger Teil ist dann die Entgiftung. Und die Entgiftung, da gibt es sehr viele Methoden, zum Beispiel Gelattherapie ist eine sehr häufig eingesetzte Sache, aber auch andere DMTS. Aber die kann auch Nebenwirkungen haben, die Gelattherapie. Alles kann Nebenwirkungen haben. Wenn Sie jetzt ein halbes Kilo Zucker oder Salz auf einmal schlucken, werden Sie auch starke Nebenwirkungen haben. Das ist wichtig. Ja, genau. Aber wie gesagt, dass wir überhaupt auf diese Idee kommen, dass man entgiften kann. Und das war vor, man kann schon sagen, noch vor Studien, Ende vor 50 Jahren, bin ich auf die Algen gestoßen. Und zwar die braunen Algen speziell. Die Algen kommen ja aus dem, sind eigentlich überhaupt alle Meeresphänomene, sind die eigentlichen Phänomene. Wir wissen ja auch aus der Entwicklungsgeschichte, dass alles Leben aus dem Meer stammt. Und da gibt es eben verschiedene Algen, was ja sehr bekannt ist, sind eben die Mikroalgen, die Chlorella und Spirulina, die ja sehr viele Leute geben, sogar zur Entgiftung geben. Leider funktioniert das nicht. Das machen nur die sogenannten Makroalgen. Das, das sagen Sie jetzt mal ganz langsam, weil, also mein Beruf ist ja auch eben Heilpraktikerin. Ich habe das nicht gewusst, dass die Mikroalgen das nicht machen. Also wir haben auch damals gelernt, dass die Chlorella eben auch entgiftet. Und das ist jetzt mir ganz normal. Ja, nein, also es ist so. Die Mikroalgen bringen das gesamte Spurenelemente-Spektrum. Damit wird das Immunsystem, das körpereigene, aktiviert. Und damit haben wir mehr Power, um mit den ganzen Noxen, den ganzen Giften, die uns dauernd hier attackieren, besser fertig zu werden. Aber eine direkte Entgiftung haben Sie zum Beispiel, wenn Sie daran denken, an die Chlatherapie. Das ist ja, da geht man zum Doktor, da kriegt man eine Infusion. Das ist so eine Art Essigsäure, kann man sagen. Chélat bedeutet ja, es kommt aus dem Griechischen, Chäle, die Klaue. Da werden also die Schwermetalle, die Gifte, werden dann umarmt und werden dann ausgeleitet. Vielleicht in diesem Buch hier, Energieschub aus dem Meer. Ja, das ist die Neuauflage. Ach ja, ich war damals vor 25 Jahren der erste, das ist das erste Buch gewesen im deutschsprachigen Raum über die Algen, über die Entgiftung. Das ist jetzt die Neuauflage, die vor einem Jahr eben mit aktualisierten Studien nochmal das Ganze fundamentiert. Und ich habe das hier, glaube ich, noch etwas besser dargestellt in einem anderen Buch. Ich weiß nicht, das werden Sie ja wahrscheinlich dann hinterher verlinken, die drei Bücher. Aber bestimmt. Unter dem Video. Ganz sicher. Also was war eigentlich der Leitgedanke? Der Leitgedanke war der, welche Methoden kann man den Menschen anbieten, dass die Menschen wieder in die Lage versetzt werden, ihre Gesundheit in ihre eigenen Hände zu nehmen, ohne dass wir dauernd die Fachleute brauchen. Sicher, die Ärzte haben eine Bedeutung an Chirurgie, Orthopädie, viele Dinge. Das ist gar keine Frage. Das soll nicht kleingeredet werden. Aber es ist nicht normal, was ja leider Gottes viele Frauen machen, zum Beispiel immer wieder auf die Kinder zu kommen, dass wir bei jeder Befindlichkeitsstörung meinen, den Doktor rufen zu müssen. Zum Beispiel, Herr Doktor, ich habe versetzte Blähungen. Naja, dann lassen Sie halt, dann verstehen Sie. Und das ist eben das Geniale an diesen Meeresalgen, dass da eben die sogenannten Alginate drin sind. Wird übrigens auch großtechnisch benutzt. Vielleicht kann man auch dieses Bild zeigen. Alginate heißt es. Ich zeige es gerne. Das dann eben, wenn wir Gifte eintragen. Erstmal das Buch, der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit und dann diese Abbildung hier drin. Hier, das ist im Kapitel 10.1, 10.2. Also die Gifte, die werden gleichmäßig im gesamten Körper eingelagert. Also wir haben hier einmal den Darm, wir haben hier übers Blut, in den verschiedenen Organen und auch im Knochen. Überall gleichmäßige Verteilung der Toxine, der Gifte. Seien es Schwermetalle, seien es organische, anorganische Substanzen. Wenn wir jetzt diese Makroalgen zu uns nehmen und das funktioniert, wie gesagt, nur mit den Makroalgen, weil da die Alginate eine entscheidende Rolle sind, diese Chelatbildner, dann passiert Folgendes. Da wird im Darm, die Gifte, die im Darm sind, werden abgebunden, bilden einen unlöslichen Komplex. Das ist also nicht mehr reversibel. Das ist irreversibel. Die Gifte werden ausgeschieden über den Stuhl und dadurch gibt es jetzt hier einen Mangel an diesen Giftstoffen, sodass aus den anderen Körperkompartimenten, aus dem Blut, aus den verschiedenen Organen, aus den Knochen, die Gifte langsam, aber sicher im Laufe der Monate mehr und mehr hinein in den Darm wandern, wo sie wieder abgesättigt werden und ausgeschieden werden, sodass im Laufe der Zeit ganz harmonisch und vor allem nebenwirkungsfrei diese Toxine ausgeleitet werden und insgesamt sozusagen der ganze Alterungsprozess rückgängig gemacht wird. Sie werden elastischer, sie werden flexibler, geistig auch eben entgiftet, weil das eben auch die Blut-Hirn-Schal-Schranke dann eben durchschreitet. Das ist also hochspannend, dieser Effekt. Und das muss man ausprobieren einfach. Aber wie gesagt, das funktioniert speziell nur mit diesen Alginathalgen liegen, also speziell in den Braunalgen, dieser sogenannten Ascophyllum nodosum, nicht mit der Spirulina und nicht mit der Chlorella-Alge, Mikroalge, das sind Mikroalgen. Ganz wichtig. Und so kommt es im Laufe von Monaten mehr und mehr zu einer zunehmenden Entgiftung des gesamten Körpers. Eine geniale Methode, einfach, kostengünstig und vor allem, wie gesagt, in Eigenregie, ohne, dass ich da zum Doktor muss und ich kriege eine Infusion. Es gibt also jetzt inzwischen das Modernste, das wäre die Apherese, eine ganz fantastische Sache. Aber da kostet jede Sitzung mehrere tausend Euro. Das muss man sich einfach mal überlegen. Apherese, was ist das? Also es ist eine Medizin, in die wir hineingeraten, die eigentlich nur noch für die Reichen erschwinglich ist. Und das ist eben das Geniale. Hier können die Menschen eigenbestimmt, selbstbestimmt, auf eine harmonische Weise und zwar relativ rasch merken, jawohl, es funktioniert und ich komme damit weiter. Ja wunderbar, ist das für ein Haus gebraucht. Aber eine Apherese, was ist das? Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist praktisch dasselbe wie Dialyse. Sie kennen ja die Leute, die eine Niereninsuffizienz haben. Da werden dann eben die Stoffwechselprodukte eben ausgeleitet. Und dasselbe kann man jetzt auch machen mit den Giften. Es gibt inzwischen Filter, die spezifisch zum Beispiel das Glyphosat rausholen. Also dieses Monsanto-Gift. Also die Roundup Ready heißt es, glaube ich, hier in Deutschland. Und das hat besonders, das ist ein Herbizid, was besonders schlechte Wirkungen hat. Und das kann man spezifisch jetzt mit bestimmten Methoden herausholen. Aber wie gesagt, das sind dann Dimensionen, die sind dann, kommt man ruckzuck in zigtausende von Euro. Also das wäre eigentlich so das Wichtigste bezüglich der, Entgiftungspotenz der Algen zu sagen. Es kommt darauf an, es gibt dann, wie gesagt, gerade hier die Firma Telomid, die ja auch die anderen Produkte machen. Vielleicht darf ich mal generell sagen, dass einfach das ganze Spektrum, das sind verschiedene Präparate, natürlich sollte Vitamin D3, K2-Spiegel, müsste auch normalisiert werden und so weiter. All diese Produkte, es ist wie so ein Baukastensystem. Eines baut auf dem anderen auf, sodass wir in die Lage versetzt werden, tatsächlich eigenständig unsere Gesundheit zu entwickeln und zu halten auch. Bis ins hohe Alter zu halten. Das ist eigentlich die Vision. Und das habe ich in meiner Klinik damals über viele Jahre dann eben nachvollziehen können. Oder auch zum Beispiel, wenn wir jetzt daran denken, Rohkost nicht, Roh macht froh, hat schon eben Hippokrates gesagt im Wesentlichen, dass man dann eben zum Beispiel nicht nur über die Algen dann entgiftet, dass man den Vitamin D-Spiegel normalisiert. Ein Kriterium ist ja der Vitamin B12-Mangel, der ja immer dann beschworen wird, gerade wenn die Leute keine thielischen Produkte mehr zu sich nehmen. Auch da wieder, auch in meinen Büchern habe ich das präzise beschrieben. Es ist ganz wichtig, dass wir selber in die Lage versetzt werden, mit den medizinischen Datenbanken zu arbeiten. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kann umsonst auf die medizinischen Datenbanken zugreifen. Hier gibt es eine ausgefeilte Sprache. Und da muss man nur mal gucken, die sogenannten sieben Tagesadventisten. Gibt es ja auch in Deutschland. Die sieben Tagesadventisten, da gibt es über 200 wissenschaftliche Studien. Und das ist ja das Schöne. In Nordamerika gibt es ja Millionen von diesen Adventisten. Und das ist hochspannend. Die haben ja eine private Prophetin, diese LNG White, also weiß auf Englisch, White, LNG White. Und die hat gesagt, also Jesus hat mit ihr gesprochen und man soll keine thielischen Produkte essen. Und das ist hochspannend. Wie gesagt, die Hälfte der Adventisten, die machen das, was ihre Prophetin sagt. Wir sollen eben keine thielischen Produkte verzehren. Die andere Hälfte sagt, naja, also Jesus hat nichts gesagt über die Ernährung. Also ich esse Fleisch, wie mir das gehört kommt. Aber ansonsten kann man die wunderbar miteinander vergleichen, oder? Ja. Und da hat man also festgestellt, wie gesagt, über 200 Studien, hochspannend. Wenn sie keine thielischen Produkte mehr zu sich nehmen, dann haben sie eine um 13 Jahre längere Lebenserwartung. Die haben praktisch keinen Krebs, die haben kein Diabetes, keine Zahnfäule. Rheuma gibt es nicht mehr. Also es ist hochdramatisch. Aber, 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 und jetzt kommt natürlich die normale Medizin, die sogenannte Wissenschaft, wir haben ja vorhin das Spirituelle erörtert. Aber jetzt kommen die ganzen Zahlen und Figuren, wie Novalis so schön gedichtet hat. Ja, und da heißt es dann, ja, sie haben aber einen Vitamin B12-Mangel. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel eben dieses Vitamin B12-Komplexpräparat mit verschiedenen anderen B-Vitaminen entwickelt. Sodass, wie gesagt, in diesem Baukastensystem den Menschen eine Produktpalette angeboten werden kann, mit der sie die Sicherheit haben kann, wenn ich so lebe, dann bin ich bis ins hohe Alter fit. Ich bin agil, vor allem geistig noch zurechnungsfähig. Ja, zum Beispiel Alzheimer. Das hängt alles damit, habe ich alles in den Büchern. Und zwar immer, nicht was meint der Probst, sondern was sagt die modernste wissenschaftliche Forschung? Da habe ich das genauestens dargestellt. Also eigentlich müssten wir nach dem Studium, das sind ja die letzten drei Bücher, die ich jetzt geschrieben habe, vorher waren noch andere, aber da habe ich sozusagen mein berufliches Testament verewigt. Was müssen wir machen, dass wir ohne Fremdbestimmung ein langes, glückliches, zufriedenes und gesundes Leben haben? Ja, Sie sind auch ein gutes Vorbild, ja? Ja, das sind Sie auch. Ja, also vor allen Dingen auch, was die Gehirnleistung angeht. Also Sie wissen immer, die Jahreszahlen und die vielen Gedichte, die Strophen daraus, auch aus der Bibel, das zeigt ja, dass das wirklich funktioniert. Ja, offenbar. Interessant sind auch die Füllstoffe da drin in Ihren Mitteln. Ja, in der Tat, sehr gut. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie da ansprechen eigentlich. Aber es ist ja so, wenn Sie jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, das muss ja irgendwie gefertigt werden. Also wenn Sie eine Kapsel haben, da gibt es dann also eine Füllmaschine. Und jetzt muss man das ja irgendwie auch managen. Und da gibt es dann die sogenannten Füllstoffe, die aber notwendig sind, um den Fertigungsprozess zu erleichtern. Und das sind dann meistens Substanzen, die haben aber keine biologische Wertigkeit. Und gerade bei unseren Präparaten ist es so, dass wir da keine sinnlosen Füllstoffe haben, sondern zum Beispiel Brennnesselpulver, was eine sehr starke nierengängige Wirkung hat, eben eine reinigende Wirkung hat zusätzlich. Die ist gar nicht deklariert in der Form, aber ist auch wieder ein Zusatznutzen, der gratis dazugegeben wird. Oder eben bei der Moringa und viele andere Zusatzelemente, die eben biologisch auch wertvoll sind. Ganz wichtiger Punkt. Und Moringa hat ja auch ganz tolle Wirkungen. Ja, natürlich. Das ist das einzige integrale Protein. Also alle anderen kann man sagen, wir haben ja die Aminosäuren. Und da sind tatsächlich alle Aminosäuren drin, insbesondere alle essentiellen Aminosäuren. Ja, dann hat man ja also gleich alles. Man hat doch gleich die Aminosäuren. Es ist nämlich nicht so einfach, alle Aminosäuren zu sich zu nehmen, oder? Genau, deswegen ist ja in den Vereinigten Staaten momentan die ganz große Ränder, diese Moringa-Kapseln zu nehmen, in der Tat. Aha, da sehen Sie, das haben Sie auch noch mit drin. Nicht verschweigen, das ist ja auch wirklich ganz wichtig. Ich habe auch noch mal eine Frage zur Rohkost. Weil Sie sagten ja, dass Sie der Mitbegründer damals waren für Fit4Life, da alles mit den Kronz war und mit dem Herrn Wandmarker, vergisst den Kochtopf. Und ich war ein Fan davon, ich habe da auch mitgemacht. Ich habe aber zwei Jahre mitgemacht. Plädieren Sie mehr dafür, dass man so kurze Strecken das mal macht und dann wieder auch mal warm isst? Oder sollte man immer Rohkost essen? Ja, wird man denn auch satt davon? Also bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich dann satt geworden bin. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, es fehlt mir noch was. Weil wenn man nicht warm ist, also auch kein Reis, keine Kohlenhydrate, dann hat man immer das Gefühl, der Magen ist irgendwie noch leer. Weil das wird so schnell verdaut, was natürlich gut ist. Ja, naja, das ist eine hochspannende Frage, die Sie jetzt ansprechen. Also wenn man das jetzt mal so entwicklungsphysiologisch anguckt. Also da haben wir erst mal neun Monate leben wir da im Paradies. Ja, uns fehlt da nichts. Wir müssen nicht atmen, wir müssen nicht essen. Da sorgt jemand für uns perfekt. So, und dann kommt ja der erste Schock. Dann werden wir da irgendwie rausgeschmissen nach neun Monaten, oder? Also eigentlich unerhört. Und dann haben wir zum Glück so einen kleinen Trost, Pflästerchen sozusagen. Dann kriegen wir die Mutterbrust. Ach, ist das schön, jetzt haben wir die Mutterbrust. Jetzt, irgendwann werden wir abgestellt. Das ist der nächste Schock. Ja, das ist Maria, jetzt kriege ich nicht mal. Also wir haben ein furchtbares Trauma, das ist die Geburt. Das zweite ist dann eben, wenn wir abgestellt werden. Und dann kommt dieses weiche, pampige, breiige, eben dann halt so diese ganzen Brei, die dann gegeben werden. Babybrei. Und irgendwann, wenn wir jetzt anfangen mit der Rohkost, dann wird das Brei ja auch weg. Das sind ja dann alles so herzhafte Sachen, Salate und Rohkost macht, da muss man richtig kauen. Ja. Und deswegen haben die meisten Menschen da eine ungeheure Barriere. Denn die haben den ersten Schock noch nicht richtig verbunden. Der zweite Schock auch. Und jetzt kommt der dritte Schock. Jetzt nehmen Sie mir dieses weiche, dieses breiige, dieses pampige auch noch weg. Ja. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und deswegen muss man das wirklich einmal so sagen. Danke, wir haben das ja nicht abgesprochen. Freut mich, dass Sie das so wunderbar jetzt hier einpflichten. Aber genau das ist der psychodynamische Hintergrund, warum viele Menschen eben immer dieses Leeregefühl haben. Viele beichten mir ja auch meine Patienten, die essen zuerst Rohkost, aber dann hören die auf, aber die haben immer noch Hunger. Es muss irgendwas herzhaftes. Und dann kommt eben dann halt doch das Brot. Das hat ja auch Helmut Wartmarker geschrieben, mit dem Kochtopf. Absolut richtig. Das ist den Kochtopf, ja. Also das hat vielleicht auch gleich ein Kriterium für jeden von unseren Zuschauern. Wenn Sie morgens aufstehen und als erstes gehen Sie auf die Toilette und müssen da rotzen und kotzen oder schleimen, ja. Das ist dieser berühmte Brotschnupfen. Viele Leute haben auch immer eine verstopfte Nase. Die erzählen mir das auch, ja. Die kommen dann ganz glücklich, wenn Sie jetzt anfangen mit meiner Rede. Die können dann zum Beispiel auf der Seite schlafen. Und also für die meisten Menschen, 99 Prozent, die Kochköstler. Wenn Sie auf der Seite schlafen, dann läuft die Klärung so voll, das Nasenloch ist verstopft. Dann gehen Sie auf die linke Seite. Nach einigen Minuten ist dann das linke Nasenloch verstopft. Also die Klärung ist gerade so halb voll. Und die erzählen mir das, das ist also hochbeglückend. Deswegen erzählen die mir das auch. Mensch, doch, endlich kann ich durch beide Nasenlöcher atmen, auch wenn ich in Seitenlage bin. Also ein unheimlich beglückendes Gefühl offenbar, weil das immer wieder zu Sprache kommt. Ja, ja, mit dem Schleim, das ist wirklich häufig. Auch gerade bei älteren Menschen. Ja, natürlich. Also es war fürchterlich. Ich weiß noch, das ist einige Jahre schon zurück. Da war ich mal in der Apotheke irgendeine Sache kaufen. Und da saß ein alter Mann, also es war grauenhaft, der hat so gehustet, das war so entsetzlich. Und geschleimt, der ist fast erstickt an seinem eigenen Schleim. Und niemand sagt ihm, und da würde ich natürlich schon auch sagen, also wenn ich jetzt ein Profi bin, also Ärzte sind ja angeblich Professionelle, dann müsste man denen das sagen. Aber da wären wir natürlich auch nicht so unterwiesen, muss man leider sagen. Und deswegen noch einmal, lernen Sie auch, da müssen Sie halt in den Büchern gucken. Das ist eine wunderbare Einrichtung, da sind solche Sprachen in diesen Datenbanken. Da können Sie nach verschiedensten Kriterien suchen, zum Beispiel Amalgam und Alzheimer. Kann man feststellen, Alzheimer hängt ganz ähnlich mit diesen verdammten Amalgam-Plomben zusammen. Es gibt keinen Alzheimer-Patienten, der nicht Amalgam hätte. Das ist eine notwendige, vielleicht nicht hinreichend, aber eine notwendige Bedingung. Also Alzheimer kann man sagen, Sie mögen schlecht gelebt haben und alles Mögliche. Aber eins ist auf jeden Fall dabei, Sie haben Amalgam. Boom, solche Dinge. Naja, Quecksilber, das ist Schwermetalle, zieht ja auch wieder Bakterien und Viren an. Das hat man bei Alzheimer ja auch, sehe ich zum Beispiel auch häufig im Dunkelfeld. Und so entsteht das natürlich, das Schwermetalle, ganz sicher. Und das hat sehr, sehr zugenommen. Es wird immer, immer schlimmer. Viele nehmen ja auch viele Medikamente jetzt also vom Arzt. Ich weiß, ist da auch manchmal Schwermetall drin? Ich denke das manchmal. Ja, da gibt es sicher nicht nur Schwermetalle. Es sind viele Dinge drin, sehen Sie ja auch an den Impfungen, nicht die ganzen Hilfsstoffe. Die Spalene, das wissen Sie schon seit mindestens 30 Jahren. Also, wenn wir jetzt hier den elektrischen Strom angucken, der funktioniert ja nur deswegen. Wir haben hier ein Metallkabel und die Isolation. Wenn Sie die Isolation wegmachen, dann gibt es keinen Sturm, gibt es einen Kurzschluss und das war es dann. Und genauso haben wir die Nerven. Die haben auch eine Isolation, diese Myelinscheiden. Und bei den Impfungen, da gibt man ja dann diese Hilfsstoffe, diese Squalene. Die sollen das Immunsystem aktivieren, damit der Impfstoff besser wirkt. Und die haben eine ähnliche Oberflächenstruktur, diese Squalene, wie die Myelinscheiden der Nerven. Und da muss man halt eben wissen, wie funktioniert das Immunsystem. Das Immunsystem, das Land von dem ersten Semester. Also es ist so, das Immunsystem muss zwischen körpereigenen und körperefremden Substanzen unterscheiden. Alles körpereigene muss toleriert werden. Alles körperefremde muss gnadenlos zerstört werden. So funktioniert das Immunsystem. Jetzt haben wir also, und zwar, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, es gibt auch eine Zeitschrift darüber, die sogenannte Glykobionik. Also Glykos, auf Griechisch heißt süß, diese Süßstoffe, diese Zuckermoleküle an der Zelloberfläche, das sind so wie kleine Antennen. Und diese Zuckermoleküle anhand derer erkennt das Immunsystem, aha, das ist meine eigene Körperzelle, das ist meine Nierenzelle oder eine Leberzelle oder irgendwas auch immer. Und das muss toleriert werden. Und dann kommt irgendeine Zelle, die ähnliche Oberflächenstrukturen, ähnliche Antennen hat wie meine eigene Zelle. Und das gilt jetzt für die Squalene, also wir denken jetzt an diese Myelinscheiden. Da sagt der Körper, ah, das ist das Squalene, das ist was ganz, ganz Böses, das muss ich vernichten. Aber dummerweise, die Squalene haben eine ganz ähnliche Struktur wie diese Myelinscheiden. Und dann kann aus Versehen die Immunreaktion überspringen von den Squalenen auf die Myelinscheiden. Dasselbe gilt übrigens für Diabetes. Diabetes Typ 1, das gibt es auf Studien noch und nöcher. Ja, wie gesagt, machen Sie sich selber schlau, ich kann Ihnen ja nicht alles erzählen in der Kürze der Zeit. So, und da gibt es also dann fantastische Untersuchungen, zum Beispiel Diabetes Typ 1. Das sind immer Leute, leider Gottes, die halt eben vielleicht wegen dem Kaiserschnitt hat die Mutter keine Milch, also muss sie von Anfang an die Milchen geben. Und die Milchen von der Kuh, die haben ja auch eine gewisse Oberflächenstruktur. Und die sieht ganz, ganz, ganz ähnlich aus wie die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren. Jetzt natürlich müssen die Milchen erkennungsdienstlich bearbeitet werden vom Immunsystem, müssen zerstört werden. Und wenn wir viele Milchen, und wir kriegen ja praktisch nur Milchen, diese armen Kreaturen, dann wird natürlich das Immunsystem immer mehr sensibilisiert. Dann springt die Reaktion über auf die Beta-Zellen, sodass die Insulin produzierenden körpereigenen Zellen der Bauchspeicheldrüse mehr und mehr kaputt gemacht werden. Und dann gibt es irgendwann den Diabetes Typ 1. Oder ein Rheuma, genau dasselbe, kann ich jetzt stundenlang... Das ist ja untermisch für mich, also bei mir gehen ja jetzt ja alle Glocken an gerade. Ja, das finde ich, also Rheuma, wir haben alle ein Auto zu Hause, ja, im Gehirn kommt ein Auto. Da gibt es doch eben diese Kugellager, die müssen gefettet sein, nicht? Wenn das trocken läuft, dann frisst das Kugellager und dann geht es kaputt. Und dasselbe haben wir hier in den Gelenken. Die Gelenken, da gibt es eben die sogenannte Synovial-Membran, so heißt das anatomisch. Und die erzeugen so eine Schmiede, eine Gelenkschmiede, sodass wir die Gelenke schön bewegen können. So, und jetzt, wenn Sie viel Getreideprodukte essen, da kommen wir eben wieder zu der Rohkost, warum die so gut ist. Getreide ist, das wissen wir aus vielen Gründen, das habe ich ja in den Büchern minutiös anhand der wissenschaftlichen Datenlage mit Dutzenden von Bildern Stück für Stück dargestellt. Also, wie gesagt, es gibt auch gar keine Entschuldigung mehr, dass wir das nicht wissen, sondern da müssen Sie halt in die Bücher reingucken. So, und dann ist es so, wenn wir viel Getreideprodukte essen, die ist ja körperfremd, dann muss der Körper das denaturieren. Aber dummerweise, jetzt, wenn wir viel Getreideprodukte essen, dann wird auch wieder das Immunsystem zu nervös, wie so ein Bienen, wie so ein Wespenschwarm, boom, dann kommen die und greifen den Körper an. Und dasselbe passiert hier. Gut, das körperfremde Getreide, das muss zerstört werden, aber die hat eine ähnliche Oberflächenstruktur wie die Synovial-Membran. Und irgendwann fängt der Körper irrtümlicherweise an, die Synovial-Membran anzugreifen und die wird denaturiert, dann haben wir keine Gelenkschmiede mehr und dann frisst das Gelenk. Und das ist das, was wir als Rheimer bezeichnen. Also, wie gesagt, das sind alles bekannte Dinge, da frägt man sich dann schon. Ich habe das ja in einem der Kongresse jetzt hier da von Welt im Wandel gesagt, ja, das ist eine, naja, okay, lassen wir es sein. Auf jeden Fall, man frägt sich schon, das sind alles Tatbestände, die eigentlich bekannt sind, aber halt eben nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Aber mir ist gerade ein Licht aufgegangen, als Sie das mit den Myelinscheiben und diesen, wie heißt das, Quarien, das hatte ich vorher noch nicht. Squalien, Squalien, müssen Sie gucken, schauen Sie mal, ich habe einen sehr schönen Vortrag gehalten, der wurde auch auf Video aufgezeichnet. Da habe ich extra ganz diese Dinge Punkt für Punkt dargestellt. Können Sie auch übrigens bei der Firma Telomid bekommen, vielleicht blenden wir das mal ein. Also die Firma Telomid, das ist die Firma, mit der ich da die ganzen Produkte auch entwickelt habe, die so aufeinander abgestimmt sind. Können wir noch mal einblenden. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel diese, wir sind also mehrere Präparate, egal. Und das ist diese, ja, dass wir da hineinkommen und überhaupt merken, wie läuft das Ganze, wie läuft das Ganze. Und dann, wie Sie auch jetzt diesen Aha momentan, Mensch, ich selber bin ja der Herr über meine Gesundheit. Na, ich habe eben auch viele MS-Patienten behandelt und viele haben MS, weil sie Borrelien und Epstein-Bahn-Virus haben. Und es bricht nach einer Impfung aus. Und ich habe mich immer gefragt, warum denn gerade MS? Und das haben Sie gerade beantwortet. Genau. Mit diesen Sasses. Genau, das ist richtig. Wow, ist ja toll. Ich lerne hier so, wow. Das ist super, was Sie da gesagt haben. Das muss ich auch unbedingt noch mal nachlesen. Da haben Sie mir jetzt wirklich, wirklich was eröffnet. Und jetzt ein Geheimnis. Ich wusste wirklich nicht, warum. Ich habe immer gedacht, okay, Immunsystem geht runter, Blut, Hirnschranke geht da durch. Na, aber das ist es. Ja. Toll. Ich danke Ihnen dafür. Und damit ist es auch wirklich schön. Hell im Gehirn und hell im Herzen vor allem, oder? Das sowieso. Ja, also das war wieder köstlich mit Ihnen. Das macht so einen Spaß, über Medizin, über Schamanismus zu sprechen. Sie haben ja auch angedeutet, dass wir mal so ein paar Experimente machen können. Also gerne. Also wenn Sie mögen, laden wir Sie gerne wieder ein. Es hat mir wirklich nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat mich sehr bereichert. Also toll. Die Antwort auf etwas, wo ich schon lange mich frage. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wunderbar. Ja, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es war für Sie auch so ereignisreich und schön. Und ich hoffe, dass Sie wieder einschalten bei Sabine Lienek TV. Tschüss.